Ja, guten Morgen Leute. Da ist mein Schatten wieder. Von da oben bin ich irgendwo gekommen. Ein herrlicher Morgen. Eine tolle Landschaft. Ein anstrengender, steiler Weg bis hierhin. Ich bin jetzt etwas über zwei Stunden unterwegs. Ja, hier geht es runter. Und ihr werdet es nicht glauben. Da liegt Assisi. Da liegt Assisi. Das ist die Unterstadt. Und das wird jetzt auch noch sein. Noch zwei Stunden höchstens bin ich da.